Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Killerlein. War doch jemand da oben. Ich muss bloß die Aufgabe erfüllen und ihn. Brennen wir jetzt im Kreis? Und zurück. Das ist ein scheiß Platz hier. Na gut. Aber ich habe ihn markiert. Das ist doch schon mal viel wert, oder? Hier oben ist Kacke. Ich muss euch doch bloß markieren! Menno! Menno! Wo ist er denn hin? Okay. Machen wir mal pup pup. Und kaputt. Hallo! Mach es kaputt! Komm mal! Okay! Ich muss euch doch nur markieren! Ich habe ihn. So. Und wieder hier lang! Das ist irgendwie noch ganz schön. Was ich genauso markieren kann? Oh, die sind alle mit solchen hässlichen Gents! Oh. Die sind alle mit solchen hässlichen Gents! Ich will euch doch bloß markieren! Ich will euch doch bloß markieren! Leck mich am Arsch, die hat mich schon wieder gesehen. Jetzt erwische ich dich aber. Wenchen einmal. So, hier wird geheilt. Er geht noch zurück. Ich hasse diese Map. Ich hasse Ghostface. Und ich will eigentlich nur diese doofe Aufgabe schaffen. Ich habe dich trotzdem erwischt, wenn ich runtergefallen bin. Oben. Na gut. Nehmen wir ihn nochmal hoch. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Chance. Ich habe absolut keine Chance. Was? Wo denn? Geh mal weg. Hier. Nein, ich muss mich doch erwischen. Ich habe mich krass. Was? Das ist fertig. In die Kellerhütte. Das war Pum. Yay. Warte, ich gehe nochmal da runter. Das war's. Ich mache mich nicht, die Leute hier zu retten. Die Leute zu Hausest, habe ich nicht mehr zu retten. Ach so. So, ich müsste aber jetzt meine Aufgabe fertig haben. Schade. Ich guck zu weit nach oben. Na gut. Gut. Seid's. Dann fange ich jetzt auch an zu tunneln. Ich weiß aber nicht, die hat bestimmt hier Dingsbums. Und hopps. Scheiß Spielzug, ich weiß. Richtig scheiß Spielzug. Egal. Ich durfte meine Aufgabe fertig haben. Ich bin boost. Ich guck zu weit nach oben. Ich guck zu weit nach oben. Oh, ich hab keine Lust mehr. Also, Ghostface ist wirklich nicht mein Killer. Absolut nicht. Du musst schon nach vorne gucken. Ne nach hinten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir wollen die Schmutzung. Ich bin bereit. Er ist etwas zu tun. Aber ich bin bereit. Aber ich bin bereit. Oh no! Oh no! Ach! Arsch! Was in die Hand? Weg! Wie schnell! ich glaube dann nehme ich dich jetzt eben ist mir egal ich habe drei haken ist okay bin ich völlig konfirm damit okay vier haken ich habe sie in hocken ich habe sie in hocken Was ist das? Ah, so müssen wir ja Dings auch völlig von Arsch. Ach, Mann, oh. Hab dich. Oh, jetzt ist es gut, wärst du auch abgelaufen. Damit können die raus. Ich darf sie hier unten lang ran sein. Brauch mich jetzt aber nicht wohin. Wurde geheilt, alles klar. Ich komme bloß noch mal gucken, ob sie hier lang kommen. Entschuldigung. Okay, so lässt sich wahrscheinlich sterben. Ah, okay. Jetzt haben sie meinen Totem gefunden. Los, Hush! Hush, Hush, Hush! Hush, Hush! So. Oh, Mann, treffe ich dich noch? Oh, Mann, treffe ich dich noch? Oh, Mann, treffe ich dich noch? Oh, Mann. Geh raus. Meine Ruhe. So, und tanzen? Ah, okay, einfach. Einmal will ich noch hauen. Komm. Einmal hauen. Okay. Ah, die haben jetzt ein Stück T-Back. Sechs Haken. Durchschnitt. Und der zweite war arschig. Also ernehmt man es nicht übel. Ah, ich habe es geschafft. Aber das war... Oh, ich habe keine... Es wurde rumgenommen. Ah, nein, nein. Ah, nein, nein. Ah, nein, nein. Aber der zweite war echt blöd. Also, dass der einfach rausgerannt ist. Ist, äh, mal davon abgesehen, dass ich Blutwächter hatte. Aber... Nö, das fand ich unfair den anderen gegenüber. Das fand ich echt unfair den anderen gegenüber. So, ihr Lieben. Dafür hat er unter wenigsten Punkte. Äh, die Batsch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Killer Line. See? Ciao. Ciao.